Mir ist aufgefallen, dass überdurchschnittlich viele Kollegen krank sind. Aber sich jetzt hier in Fantasien zu fluchten, ist mit Sicherheit nicht gut für die Firma. Wir kommen, wenn es dunkel ist. Wir gehen, wenn es dunkel ist. Glaubst du, es lässt sich irgendwann verrückt werden? Das ist halt der ganz normale Montagmorgen. Aber dafür haben wir ja kein Leben. Das ist Lilly. Hey. Die wird Ihnen die nächsten Tage, bis Sie noch die Arme greifen. Ich habe immer noch eine gewisse Verantwortung, welche durch eine gute Kundenkonsequenz der Arbeitsmoral ausdrückt. Ziehe um den Haaren! Ziehe um den Haaren! Wenn das hier ganzer Stolz ist, werden Sie in so einem Laden irgendwann mal draufreden. Die neue Computertechnologie, die ist heute viel besser als Sie. Verstehen Sie? Nein. Ja. 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 Vielleicht haben wir ja auch noch Hunger. Zu schade, dass die Mikrowelle kaputt ist. Arbeitslos. Umgeben von Idioten. Tschüss. Untertitelung. BR 2018